Kadoo-ken! Let's fight! Ja, den müsste eigentlich auch jeder von euch kennen, der sich so ein bisschen mit Streetfighter beschäftigt hat, denn der gehört zur Main Rooster, zu Anfangs Kämpferriegel aus Streetfighter, hat sein Debüt auch damals in Streetfighter 2 gehabt und mit dem habe ich auch recht gerne gespielt, auf jeden Fall. Mal sehen, ob ich es noch kann. Wir werden uns das Ganze einfach mal angucken, auch wieder mit der Story. Und ja, was nehmen wir denn den Ultra-Kombo-Double? Ich kriege ihn wahrscheinlich sowieso nicht hin. Einfach ein bisschen gezockt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Anfangssequenz und wir sehen uns dann gleich wie immer im ersten Kampf wieder. Ich bin noch immer noch in ein Pischal zu causen, dankbar zu meinen unerwissenenzenensten. Diese Organisation hat gekostet mehr Leben als jemand auf den Sein-Präumten. Sie haben matiert die Ommels, die Soldaten. Gott weiß nur, wie viele Zivilte haben wegen ihrer Aktionen geschehen. Ich möchte nicht sagen, dass all die martialartisten, die gebrochen und gebrochen wurden. In den Handen der Schadalus-Organisation S.I.N. Die Männer und Frauen hatten Kinder. Sie hatten Familien. Sie hatten Freunde. Ich werde die Schäden bezahlen, Charly. Ich werde alle letzte Teil ihrer Organisation verletzieren. Ich werde alle Schäden verletzen, die auf diese Erde verletzen. Ich versuche, Charly. Seine Tage sind geschehen. In Street Fighter V ist Charly nämlich am Leben. Es sieht ein wenig verändert aus. Es wurde auf jeden Fall mit ihm rum experimentiert. Und wie die Story zu ihm ist, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Weil, äh, als ich gesehen habe, dass er zur, äh, zur Main Rooster von Teil 5 gehört, dachte ich nur, ach, wie geil ist das denn? Er ist wieder dabei. Okay. Kampfstil von, äh, von Charly oder von Nash, ich glaube im Englischen nennen sie ihn jetzt komplett nur Nash, äh, ist ähnlich wie die von Guile. Ähm, aber er wird auch ein paar nette Sachen dabei haben. Er kann sich, glaube ich, sogar teleportieren. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was uns da erwartet, ne? Aber geil, wir sind ja erstmal ganz geil. Ja, Sonic, boom. Dann hat er noch seinen, oh Gott, den Kick nach oben. Das ist jetzt wieder so eine Sache, kriege ich den hin? Hahaha. Das wird nicht leicht, Leute, das wird nicht leicht. Aber ich versuche es einfach mal. Ach ja, dieser Doppelkick hier, damit hat mich damals mein Kumpel voll geerbert. Denn damit rechnest du gar nicht so schnell. Du denkst immer nur, er tritt einmal zu und dann kommt noch dieser eine kleine hinterher. Der hat mir ganz oft von den Beinen gewitzt. Echte Kämpfer lesen nicht nur die Moves des Gegners, sondern auch seinen Geist. Hm, weise Worte von Guile. East Asia gegen Brrrr, Poison. Heute das erste Mal Poison in AD. Ach, hallo, Lady. Sehr cool. Ich habe das nicht bereut, Leute, dass ich das, äh, Upgrade für den Kanal gemacht habe. Auf keinen Fall. Da ist der Flashcake, verdammt. Der funktioniert doch. Es sieht einfach super gut aus. Es ist natürlich auch immer noch so eine Sache, wie ich das ganze rendere. Ich hatte überlegt, machst du ein Intro? Machst du kein Intro? Ich werde definitiv auf eine Endcard verzichten. Das ist einfach zu viel Arbeit für mich. Da habe ich auch keine Lust drauf, ganz ehrlich. Äh, also kleines Intro vorweg. Ne, so ein cooles, äh, thematisiertes Intro. Oh, und dann halt. Gleich das pure Gameplay. Und ich denke mal, das reicht doch völlig aus. Hm. Ich habe die ganze Zeit mal irgendwie versucht. Ah, der Super ist noch nicht voll. Wir können uns ja eigentlich mal so ein bisschen schlagen. Ach, wir lassen uns von Poison mal ein bisschen schlagen. Komm. Komm. Na komm. Ja. Fein. Ich möchte eigentlich nur den Ultra voll haben. Mal gucken, ob ich da was hinkriege. So. Jetzt gehe ich mal kurz auf Pause. Und will mal kurz reingucken. Nicht Steuerung. Ähm, ähm, Befehlsliste. Und zwar von Guile, der Ultra-Kombo. Oh ja, ich habe es geahnt, dass das so kommt. Aber, schaut mal her. Den unteren, der Sonic Hurricane. Müsste eigentlich machbar sein. Versuchen wir es. Na, ich mache es lieber mit Digipad. Ich fehle, ich fehle. Es funktioniert nicht. Das sind immer die Moves, die ich einfach nicht hinkriege. Jetzt. Sonic. Boom. Weg. Ja. Ja, ich denke mal schon, ähm, habe ich glaube ich auch in den alten Folgen, die ich noch auf der Playstation-Share-Funktion aufgenommen habe, gesagt, irgendwann werde ich den Controller auswechseln bei den Kampfspielen mit einem Arcade-Stick. Allerdings habe ich jetzt gesehen, ich bin natürlich so scharf auf den, äh, Street Fighter 5 Arcade-Stick. Aber wisst ihr, was das Ding kostet? Das kostet, äh, jetzt gerade momentan bei Amazon, glaube ich, 279 Euro. Das ist ein bisschen sehr übertrieben, meiner Ansicht nach. Und da würde ich es mir echt nur überlegen, ob ich das, äh, so schnell machen werde. Aber ich möchte es einfach, weil ich möchte einfach eher so ein bisschen profimäßiger spielen, mehr die Kontrolle haben halt über, über die Kämpfer, ne. Weil mit dem Analog-Stick oder generell mit einem, äh, Controller, es ist einfach nicht das, es ist zwar gut zu spielen, aber es ist beim besten Willen nicht so gut zu spielen, wie sich Street Fighter zu spielen hat. Es funktioniert sogar sehr schön. Oh, er hat's geblockt. Ja, ihr seht gerade Honda übrigens. Der gute Sumo-Ringer. Auch der wird in Street Fighter 5 vorerst nicht zu sehen sein. Was mich sehr stark wundert. Denn Honda gehört eigentlich zu Street Fighter dazu. Er ist nicht dabei. Wieso, wissen wir auch nicht. Keine Ahnung, was sich da Capcom einfallen lässt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Aber ich denke mal auch, dass da dann auf, äh, Wünsche eingegangen wird, was die Community möchte. Denn, äh, Street Fighter 5 ist ganz knallhart für die, äh, E-Sports vorgesehen. Da wird es eine Menge, äh, Tournaments wieder geben. Und ja, die ganzen Profi-Spieler, Profi-Kämpfer, die sitzen natürlich mit Capcom dann so ein bisschen in einem Boot. Und da wird dann so ein bisschen drauf geachtet, ne. Ja, was gefällt euch? Was könnte man verbessern? Also, da ist schon sehr stark der Zusammenhalt mit der Community, ne. Also, da wird schon drauf gehört. Ja, es ist Zeit, wieder ein Auto zu zerstören, was ich wahrscheinlich nicht hinkriege. Zumindest nicht mit Geil. Wir versuchen es einfach mal, weil ich kenne jetzt hier nicht zwingend so die Mega-Moves mit ihm, die, äh, das Ganze weghauen. Oh, schnell auf die andere Seite überhüpft hier. Ja. Vielleicht mit diesem coolen Doppelkick. Könnte aber was werden. Weil er hat sehr starke Kicks. Sieht gut aus. Ja, das kriegen wir glatt, das Ding. Bam. Und erledigt. Ja. Sehr schön. Okay. Das gab mal eben ordentlich Points. Und auch in der nächste Runde. Auf nach Indien. Und auch in Indien. In Indien treffen wir auf El Fuerte. Super Dynamic. Der Super Koch. Der Mexikanische. Habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer der älteren Folgen gesagt, äh, viele mögen El Fuerte nicht. Okay, er ist sehr lustig. Er ist so ein, so ein Fun-Character. Meins war es jetzt auch nicht mit ihm zu spielen, aber ihr werdet ihn noch kennenlernen, denke ich mal. Ich werde das Ganze dann halt euch auch mal zeigen. Bam. Erledigt. Er ist auf jeden Fall, er macht mich, er macht mich verrückt. Er hat diesen, diesen, diesen Move, wie er so schnell hin und her rennt und alles. Und ich dachte das erste Mal damals, als ich gegen ihn gekämpft habe. What the fuck is going on mit dem Typen? Was hat man ihm in sein Chili getan? Echt übel. Aber nur gut. Auch solche Fun-Character muss es geben. Oh, daneben die Griffe. Sonic Boom. Ja, ich spiele teilweise mit meiner Lockstick. Das ist bei solchen Charakter wie geil gar nicht so schlecht. Um schnelle Bewegungen auszuführen. Gerade der Flash Kick. Da müsst ihr jetzt ganz, äh, ganze Zeitlang nach unten gedrückt halten und dann schnell nach oben schnellen lassen. Und dann einen harten Tritt oder generell einen Tritt hinterher kommen lassen, damit, ja, die Attacke ausgeführt wird. Und das ist mit einem Gigipad schon ein bisschen schmerzhaft auf jeden Fall. Ja, auf geht's mit Rufus. Oh, jetzt kommt wieder mein Lieblingslevel, weil im Hintergrund dieser Gepard da wieder durch die Gegend flitzt. Das sieht jetzt aber auch verdammt gut aus. Also ich bin echt super angetan von der Quali. Sehr, sehr cool. Ich muss auch dazu sagen, mein, ähm, PC-Monitor, äh, hat eine bessere Auflösung als mein, äh, mein Flat Screen. Wenn man jetzt so dicht davor sitzt, gerade hinten so mittegrunters Wasser und alles. Sehr cool, sehr cool. Ja, haha, Teil 5 kann kommen, Teil 5 kann kommen. Tja, habt ihr den kleinen Tiger da hinten schon irgendwo gesehen? Ich hab noch nicht gesehen. Die Sonne geht zwar auf, aber eigentlich flitzt der da irgendwo lang. Ah, ich hab nicht gesehen. Die Pferde kommen jetzt ran. Zumindest einer davon. Hau'n, weil ich so weg würde. Nö, heute nicht zu sehen. Ah, ich glaub, da hinten kam er gerade. Verdammt. Auf dem Schlachtfeld zählen Taten mehr als Worte, sagt Geil. Ja. Oh nein, oh Gott. Habt ihr die letzte Folge gesehen? Wie ich bei den Fässern verkackt habe. Da hab ich auch mal wenigstens noch so nen High Kick gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt mit Geil machen soll. Haben wir irgendeine Attacke? Ah, hier. Okay, komm her. Und schon damit. Aber ich steh safe. Ach, das, sag sowas nicht so nah. Stehst du nicht safe. Du stehst hier nicht safe. Horns sind richtig Schnecke. Horns sind richtig. Läuft. Hab ich letztes Mal auch gesagt. Da ging's voll auf den Deckel. Oh. Okay. Läuft schon besser als mit Failung, ganz ehrlich. Ja. Ja. Immerhin. Ich hab nicht alle gekriegt, aber ich hab ein paar gekriegt. Das heißt, das sind auf jeden Fall ein paar Points mehr am Start. 606.000. Da hatte ich mit Failung weniger. Uh. Lady Sea Viper. Ob wir die wiedersehen werden in Teil 5. Ich bin sehr gespannt drauf. Okay. Okay. Let's go. Die hat's auch echt drauf. Die hat's echt drauf. Die hat's echt drauf. Die hat's echt drauf. Die hat's echt drauf. Die fällt mir auch sehr vom Kampfstil her. Diese ganzen Elektro-Attacken, die sie durch ihren Anzug ausführen kann. Und sie schreit so herzzerreißend. Ja, gut. Leg dich nicht mit Geiler. Ganz ehrlich. Mäuschen. Der kämpft schon ein bisschen länger als du. Oh, jetzt müssen wir eigentlich mal wieder hier so ein. Ah. Sie hat ihren Ultra-Kombo voll. Den ich nicht voll habe. Okay. Was soll's. Erledigt. Wenn man sich mehr mit den Kämpfern beschäftigt, dann wird man auf jeden Fall auch geskillter. Das wird alles besser. Du willst deine Geheimnisse nicht verraten? Egal. Ich weiß mehr, als du denkst. Äh. Jetzt kommt der Rival. Also theoretisch würde ich sagen, werden wir gegen Bison kämpfen. Weil Bison hat Charlie Nash umgebracht. Ja. Habe ich mir schon denken können. Mal sehen, was die beiden sich zu sagen haben. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. die beiden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. von Bison umgebracht. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, er wurde nämlich von einem Kampfflugschrauber erschossen. Geil ins Team. Ach. Wie viele von diesen Videos werden geflaggt. Ist mir auch egal. Hauptsache kein Spaß. Why no counter? Flash kick. Wildes hin und her gehüpfen. Ja. Das wär zu gerne. Hab dich erledigt, Kollege. Und? Was sagt er jetzt? Endlich kann ich Charlies Grab besuchen, ohne mich zu schämen. Ja. Ich bin echt gespannt, was die sich da einfallen lassen haben, wegen Charlies Wiederauferstehung in Teil 5. Da bin ich echt gespannt. Oder wird es vielleicht sogar schon hier gezeigt? Ich weiß es nicht mehr, wie das Ende von Geil war. Werden wir gleich sehen. Wir sind schon wieder beim Endkampf, Leute. Mal wieder gegen Seth. Ja, wer auch sonst. Er ist ja nun der Endboss. Mal schauen. Aber eigentlich dürfte das eigentlich relativ locker abgehen. Falls ihr noch die älteren Folgen mal im Kopf habt. Für diejenigen, die von Anfang an dabei sind. Das Sakura-Desaster. War ja wohl das geilste. Ich hab da glaube ich auch allein gegen Ryo so viele Versuche gebraucht. Ich verstehe es bis heute nicht. War echt übel. Und der Schwierigkeitsrat ist nun echt nicht hoch, ne? Es ist eigentlich nur für euch so ein Showmodus. Da brauche ich mir nicht großartig anstrengen. Aber mit Sakura, das war echt... Das werde ich so schnell nicht vergessen. Das werde ich bestimmt auch noch in einigen Folgen sagen. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Wir nutzen das Seth mal ein bisschen, ne? Wenn er mich nicht nutzt. Die zweite Runde, wenn ihr die auf normal oder sogar schon höher im Modus spielt. Das ist echt... Zu Anfang echt hart für euch. Gerade wenn ihr euch nicht so auskennt mit eurem Kämpfer. Guckt, dass ihr funzt. Ich weiß gar nicht, warum ich da gerade so gewartet habe. Tja, das war's. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Rival-Kampf. Ein, 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 ja, Special-Fight. So wie in der letzten Folge mit Failung. Steh auf und fang zu reden. Dein Verhör beginnt jetzt. Ja, wir kriegen noch einen, weil wir eine hohe Punktzahl hatten. Mal sehen, wer jetzt kommt. Letztes Mal war es Guken. Wir wissen nicht, wer kommt. Kommt Akuma, kommt Ryu. Wer wird es sein? Es ist Akuma. Akuma ist wieder dabei. Meine Fäuste bringen den Tod. Ja, Akuma hat übrigens einen Gastauftritt verpasst gekriegt in einem anderen Kampfspiel. Falls das einige von euch interessiert. Denn er wird in Tekken 7 als Gastcharakter dabei sein. Was ich sehr cool finde. Und was mir auch schon wieder einen Anreiz gibt. Tekken 7 irgendwann bei mir zu sorgen. Wenn's denn mal rauskommt. Auf jeden Fall ist es eingeplant für den Kanal. Dass ich auch Tekken 7 ein bisschen zeige. Aber ich weiß wie gesagt noch überhaupt nicht, wann das auf Konsole erscheint. Das ist glaube ich schon seit einem Jahr als Arcade-Version erhältlich. Aber die Konsolen und PC-Fassungen existieren noch nicht. Aber dadurch, dass Akuma jetzt dabei ist, kann ich mir sehr stark vorstellen, dass das nicht mehr lange dauert. Ich rechne jetzt dieses Jahr 2016 definitiv damit, dass wir, äh Akuma, ja Akuma sehen wir sowieso, dass wir Tekken 7 kriegen werden. Und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Also wenn ihr Lust drauf habt, haltet den Kanal im Auge auf, das könnte eventuell kommen. Aber versprechen kann ich euch wie gesagt noch nix. Ja, das war's. Akuma ist besiegt, Leute. Das heißt, wir gehen in die Endsequenz. Und ich würde sagen, gucken wir uns mal an, was jetzt abgeht. Du kämpfst nur um mächtiger zu werden. Diese Motivation begreife ich nicht. Was kommt jetzt für eine Endsequenz? Ja, das war's. Es ist schon lange seitdem ich hier bin, Johnny. Sars. Ich hoffe, dass das dich fühlt sich besser fühlt. Wir haben uns geschafft, ein Ende zu den Planen der S.I.N. Aber trotzdem, etwas sagt mir, dass wir noch nicht gesehen haben, das letzte von Chateleut noch nicht gesehen haben. Es ist noch nicht Zeit für eine Toastung. Der Tag kommt. Der Tag kommt. Der Tag kommt. Tja, scheinbar bleibt Charlie hier tot. Er hat ihn sozusagen jetzt gerecht. Konnte nochmal in Ruhe ein Abschiedsbierchen mit ihm an seinem Grab trinken. Ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergehen soll. Also wenn Charlie wieder da ist, Geil wird zu Anfang bei Street Fighter V nicht zu sehen sein. Der wird später erst als DLC-Charakter dazu kommen. Wie werden die beiden aufeinandertreffen? Wie wird das Wiedersehen sein? Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber das werden wir wahrscheinlich erst irgendwann im Laufe des Jahres sehen. Ja Leute, das war die Folge mit Geil. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis denne dann. Und reingehauen. Machen Zitat OK D A